Herzlich willkommen zu einer neuen Broadcast-Episode. Wir waren die letzten Tage hier auf dem Bike-Festival in Willingen und hatten mal wieder die Freude und das Vergnügen, auf gebauten Bike-Parkstrecken unterwegs zu sein. Erstmal dickes Lob an die Trailshaper in der Mountainbike-Zone Willingen. Die haben richtig, richtig gute Arbeit geleistet, beziehungsweise leisten gute Arbeit, denn die Flohstrecken, die dort sind, es gibt mehrere, sind in echt, echt gutem Zustand. Heute geht es um einen Satz, den wir ganz oft hören, und zwar Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Wir möchten über diesen Satz sprechen, ihn auch mal etwas, ich sage mal, kritisch hinterleuchten und uns anschauen, ob es stimmt, wenn es stimmt, die warum und wann und ob der Satz vielleicht nicht stimmt und wenn nicht, dann warum dann. Generell könnte man bestimmt sehr, sehr lange über dieses Thema sprechen. Wir versuchen nur ein paar Punkte, die uns spontan einfallen, zu nennen. Wenn du da der Meinung bist, es gehört noch etwas ergänzt, kannst du uns das natürlich auch gerne zukommen lassen. Aber wir beginnen einfach mal mit den Gedanken und den Erfahrungen, die wir damit gemacht haben. Grundsätzlich, wenn jemand von Geschwindigkeit bringt Sicherheit spricht, bezieht er sich meistens auf die physikalischen Zusammenhänge, die ein rollendes Rad mit sich bringt, weil ein rollendes Rad stabilisiert. Das heißt, wenn ein Bike jetzt schnell fährt, hat es selbststabilisierende Kräfte und läuft sehr spurstabil geradeaus. Vielleicht hast du schon mal im Physikunterricht ein Experiment gesehen, dass ein Bike vielleicht geschoben worden ist in Schrittgeschwindigkeit, das dann neben dem Körper geschoben worden ist, dann losgelassen wird und unter Schrittgeschwindigkeit, oder sagen wir mal so unter einer kritischen Geschwindigkeit, fällt es sofort zur Seite, der Lenker schlägt ein und das Rad kippt um. Stoßt man das Rad aber schneller an, also über eine kritische Geschwindigkeit hinweg, hat das Rad eben stabilisierende Kräfte und läuft auch ohne Fahrrad drauf stabil an der Straße lang oder auf dem Platz lang. Und genau diesen Effekt der Stabilisierung nehmen tatsächlich auch immer noch sehr viele Fahrtechnik-Trainer, um es als etwas Positives, als etwas allgemein Positives zu beschreiben und dass das quasi so der heilige Gral vom Mountainbiken ist. Bist du schnell genug, macht das Rad das von alleine, weil es ja stabil läuft. Und so Verallgemeinerungen sind immer sehr, sehr schwierig, denn sie treffen ja nicht immer auf alle Situationen zu. Wir sind beim Mountainbiken im offenen Gelände unterwegs. Und da ist es ja selten der Fall, dass man alles schnell fahren kann. Denn denke jetzt einfach mal an einen Naturtrail, der vielleicht auch sehr, sehr eng ist, mit engen Kern. Da ist man natürlich aufgrund der Wegbeschaffenheit an der Geschwindigkeit limitiert. Das heißt, es ist nicht immer möglich, diese Geschwindigkeit zu fahren, wo das Bike stabilisierende Kräfte hat, die auch notwendig sind, dich über irgendwelche Stellen zu tragen. So, das klingt jetzt alles etwas abstrakt. Wir brauchen da auch gar nicht zu tief eintauchen, in was jetzt genau da physikalisch passiert, sondern grundsätzlich geht es darum, um den Tipp. Ist da was dran oder ist da nichts dran? Und um es mal ganz kurz zu fassen, eins vorweg, bevor wir mal da tiefer einsteigen. Ja, es gibt Situationen, wo eine gewisse Grundgeschwindigkeit Vorteile hat. Andererseits, ja, es gibt aber auch Situationen, wo das überhaupt nicht zugrifft. Das heißt, es ist ein Ja und Nein-Antwort auf diesen Glaubenssatz. Und das kommt immer, wie gesagt, auf den Kontext an. Und den werden wir uns jetzt ansehen. Also generell ist es so, das stimmt wirklich, wie Bernie gesagt hat, dass natürlich Geschwindigkeit insofern Sicherheit bringt, als dass es das Rad stabilisiert. Und das Rad dann wie von selbst, sagen wir mal, geradeaus läuft. Nun ist es aber auch so, wie Bernie gesagt hat, dass es ja nicht immer geradeaus auf Trails geht. Das heißt, wenn dann zum Beispiel eine sehr enge Kurve kommt oder ein, sag mal, eine kurze, ein Richtungswechsel oder sonstiges oder natürlich auch eine Gefahrenstelle, wo wir dann abbremsen müssen, dann ist es natürlich nicht von Vorteil, wenn das Rad einfach von selbst geradeaus weiter laufen will. Was es uns aber tatsächlich erleichtert, ist, bestimmte Hindernisse zu überwinden. Das heißt, wenn natürlich ein Trail jetzt sehr, sehr verblockt ist, dann rollt das Rad leichter über Hindernisse, wenn es eine gewisse Grundgeschwindigkeit hat. Aber, das ist das große Aber, ich finde, beziehungsweise es ist generell so bei Mountainbiken, dass der größte Federweg, den du bei Mountainbiken hast, ist nicht der Federweg, den du am Bike hast, sondern der Federweg, den du in Armen und Beinen hast. Das heißt, du möchtest das Rad vom Körper entkoppeln, in dem du Arm und Beine nutzt, als natürlichen Federweg und das Rad sich unter dir bewegen lässt. Wenn du jetzt aber eine gewisse Geschwindigkeit fährst, die dir Angst macht, dann wirst du wahrscheinlich versteifen. Und dann kannst du deinen Hauptfederweg an Arm und Beinen nicht mehr nutzen, weil du ja steif bist. Und dann kannst du nur noch den Federweg des Rades nutzen, was natürlich dann auch seine Probleme mit sich bringt. Der limitierende Faktor ist übrigens dann hier, wenn du dir diese Technik angeeignet hast, deine Kraft, deine muskuläre Kraft, wie weit du dich dann noch am Rad festhalten kannst. Denn stellen wir uns einfach mal vor, wie Roxy beschrieben hat, du fährst eine sehr, sehr verblockte Schnelle in einer sehr schnellen Geschwindigkeit, wo du deine Arme und Beine nicht mehr als natürlichen Federweg nutzen kannst, also versteifst und musst mit deinem kompletten Kraftentsatz jetzt dafür sorgen, um am Rad zu bleiben. Das Gelände aber ruppig weitergeht und irgendwann kann vielleicht der Punkt kommen, wo sich das Rad aufschaukelt und du dann eben zu Sturz kommst oder eben die Linie nicht mehr triffst oder im schlimmsten Fall deine Kraft nicht mehr ausreicht, um das Rad zu halten. Und da sind wir auch wieder beim Punkt Männlein versus Weiblein. Da haben Männer natürlich, weil sie im Allgemeinen mehr Kraft haben als Frauen, natürlich gibt es hier Ausnahmen, aber generell ist es so, dass Männer so im Durchschnitt gesehen mehr Kraft haben als Frauen im Durchschnitt gesehen und deswegen haben hier Männer natürlich einen deutlichen Vorteil. Das heißt, ein Mann kann länger mit dem Grundsatz Geschwindigkeit bringt Sicherheit unten heil ankommen, als es eine Frau schaffen wird, weil eine Frau in der Regel die Kraft nicht hat, um sich eben steif an dem Rad festzuhalten und irgendwie mit den rollenden Rädern da unten anzukommen. Aber es ist, wenn wir es uns nochmal anschauen, wirklich sagen wir mal, es ist jetzt ein S1 Trail und du hast ein Rad, ein Enduro-Bike zum Beispiel oder ein Trail-Bike mit mittlerem Federweg und du machst dich einfach steif und hast diesen Glaubenssatz Geschwindigkeit bringt Sicherheit, dann wirst du bestimmt bis ungefähr S2 ganz gut klarkommen. Du wirst unten ankommen, solange du dich nicht verbremst, solange du eine einigermaßen gute Körperposition hast, also im Rad stehst, dich darin festmachst, dich auf eben Geschwindigkeit bringt Sicherheit verlässt und eine gute Linie wählst und dein Fahrrad dann auch im Rollen bleibt und eine gute Federung hat, wirst du sehr weit kommen mit diesem Leitsatz Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Aber irgendwann, wenn dann zu viele Komplikationen auf einmal kommen oder eben, wie Bernie eben gesagt hat, auf eine sehr technische Stelle dann auf einmal zum Beispiel eine ganz enge Kurve folgt, wirst du mit dieser Technik anstehen, also mit diesem Glaubenssatz Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Und eine Frau wird, wie gesagt, auch viel früher anstehen oder generell ein Mensch mit weniger Kraft wird früher anstehen, weil sie auf Dauer nicht die Kraft hat, das durchzuhalten, sich da einfach am Rad festzuhalten und eben das Rad laufen zu lassen, um es irgendwie stabilisiert über diese Hindernisse zu bringen. Und das ist eben oft das Problem, was wir ganz oft haben in Pärchenarbeit, dass wir mit Pärchen arbeiten oder auch mit eben männlichen Fahrtechniktrainern arbeiten, die sagen, ja, Geschwindigkeit bringt Sicherheit, weil sie natürlich auch die Kraft haben und weil es für sie schon sehr, sehr lange funktioniert, dass sie das so machen und das dann aber anderen vermitteln wollen, die nicht die Kraft haben. Und dieser Mensch dann natürlich Angst hat, weil der Körper unterbewusst spürt, ich habe die Kraft dafür nicht und es fühlt sich auch irgendwie nicht für mich sicher an und deswegen viel früher absteigt und sagt, nein, ich mache das lieber nicht. Und da dann, wir auch sagen, zu Recht, weil eben diese Geschwindigkeit bringt Sicherheit, Technik, die unserer Meinung nach keine Technik ist, sondern eher ein Leitsatz, der halt bis zu einem gewissen Grad funktioniert, da dann eben schon seine Limitationen hat. Ich bin auch der Meinung, man muss das immer ein bisschen differenziert betrachten, wo man sich mit seinem Mountainbike bewegt. Ich habe das ja im Podcast schon mehrmals angesprochen oder wir haben es schon angesprochen, dass Mountainbiken ist so facettenreich und viele Leute glauben, dass ein Bikepark genauso mit derselben Technik zu bewältigen ist, wie jetzt ein verblockter Naturtrail. Aber das sind eigentlich wie zwei Welten. Wir sind ja jetzt hier auf diesen Flowstrecken unterwegs, in einem Bikepark unterwegs und das sind 100% angelegte Strecken. Da hat sich der Trailbauer genau gedacht, mit welcher Geschwindigkeit man diese Features fährt, um eben dann zum Beispiel auch Gaps zu überwinden. Das heißt, ja, da ist auch ab und zu eine gewisse Grundgeschwindigkeit notwendig, um gewisse Features und Strecken überhaupt flüssig fahren zu können. Das ist auch eine Sache, die kommt irgendwann mal. Das Problem ist nur, dass wir Mountainbiker oft glauben, okay, im Bikepark, da komme ich mit meiner Geschwindigkeit auf die Flowstrecken zum Beispiel jetzt super klar und ich vermute da, oder ich glaube dann, ich kann das eins zu eins auf die Naturtrail übertragen, der aber ganz andere Herausforderungen mit sich bringt. Und da muss man auch immer aufpassen und diese Dinge nicht in einen Topf werfen, sondern sagen, okay, Bikepark ist Bikepark, das ist 100% angelegt. Da hat sich jemand was überlegt, das ist eigentlich safe zu fahren, wenn ich mich unter Kontrolle habe und nicht übermütig werde. Ein Naturtrail hat meistens Stellen, die eigentlich nicht für Mountainbiker gemacht sind. Wir fahren es trotzdem, weil es uns Spaß macht, aber wir sind oft ein bisschen kniffliger oder die Linie ist nicht so gut zu fahren. Das heißt, da funktioniert diese Geschwindigkeit, bringt Sicherheit seltener. Und dann haben wir nochmal auch etwas, was wir ganz oft erleben, dass Leute sagen, ich traue mich das, aber nur, wenn ich Auslauf habe. Das heißt, Leute, die an diesen Leitsatz, Geschwindigkeit bringt Sicherheit glauben, die werden sich aneignen, bestimmte Passagen, sei es jetzt ein Steilstück oder ein steileres Stück mit Stufen oder sonstigen, immer zu fahren, indem sie die Bremsen komplett öffnen. und dann geht das natürlich nur so lange gut, bis da, oder so lange da unten Auslauf ist. Das heißt, stell dir vor, steiles Stück mit Stufen und danach ist Auslauf, dann weißt du, okay, ich kann jetzt da einfach die Bremsen öffnen, komme da jetzt irgendwie runter und da unten kann ich dann in die Bremsen langen und gut ist. Das klappt auch eine ganze Weile, bis es eben irgendwann entweder zu lange ist, dieses Steilstück, zu viele Komplikationen, zu viele technische Abschnitte hintereinander kommen oder eben gleich auf dieses Stück eine enge Kehre folgt. Und da auch ein kleines Beispiel aus Amerika, das ist ein Trail, der ist super, super bekannt in Sedona und da gibt es eine Stelle, die fast niemand fährt. Das ist eigentlich ein Double Black Trail, das heißt also wirklich ein sehr, sehr fortgeschrittener Trail, das ist bei uns ungefähr S3 und diese Stelle ist wahrscheinlich sogar fast S4 und die fährt fast niemand, weil es genau so ist. Es ist eine sehr steile, lange, abschüssige, beziehungsweise so eine Rinne. Dann sind in dieser Rinne noch Stufen und dann folgt auf diese Rinne eine super, super enge Rechtskehre und wenn du die nicht bekommst, ist danach auch wirklich so ein Absatz, also ein richtiger Abhang, wo du dann runtersegeln würdest und da sagen Leute, oh nee, das mache ich lieber nicht, weil dort der Fahrstil auch eher auf dieses Augen zu und durch ist, Geschwindigkeit bringt Sicherheit und dann genau so Kombinationen dann natürlich mit der Technik nicht mehr bewältigbar sind. Das heißt, du kannst diese Technik nutzen, vor allem im Bikepark, sie hat auch ihre Berechtigung, wenn du zum Beispiel, wie Bernie eben gesagt hat, Gaps springen möchtest oder generell Sprungtechniken üben willst, brauchst du eine gewisse Geschwindigkeit, um überhaupt abheben zu können oder auch um eine gewisse Distanz springen zu können. Wenn du aber auf Trails sicher fahren möchtest und wenn du dich da sicher voranarbeiten möchtest, vorüben möchtest, dann ist es wichtig, dass du auch anfängst, weg von diesem Leitsatz zu kommen und die Techniken zu üben, die du brauchst, um langsam auch technisch fahren zu können. Und das ist am Anfang sehr schwierig für Teilnehmer, denn wir sind auf Trails, auf Naturtrails in einem Geschwindigkeitsbereich unterwegs von 0,5 kmh, also fast Stillstand, wenn diese Stellen sehr, sehr eng und verblockt sind, wo man sie durchzirkeln muss, bis hin zu über 30 kmh. Das heißt, wir müssen eigentlich alle Geschwindigkeiten in diesem Bereich abdecken. Und wenn du jetzt im fahrlichen Training eine Technik lernst, dann wird es dir anfangs in einer Wohlgefühlgeschwindigkeit am einfachsten fallen. Das heißt, du wirst dann so eine Happy Speed haben, wo die Technik, die du gerade trainierst, super abläuft, du kommst gut klar, du hast das Rad super unter Kontrolle und fühlst sie wohl und würdest du diese Geschwindigkeit jetzt erhöhen oder auch vermindern, wirst du merken, wirst du steif am Rad oder das Rad kommt ins Stocken, du verlierst Kontrolle und fühlst dich einfach nicht mehr so flüssig und wohl. Und genau das ist eben dann der Punkt, wo man ansetzen muss. Man sollte nicht immer nur die Geschwindigkeit schneller wählen zum Üben, sondern man sollte auch die Geschwindigkeit bewusst verlangsamen. Und da ist es auch so, taste dich da langsam ran. Es bringt nichts, wenn du zu langsam fährst und auch zu schnell fährst beim Üben, sondern du brauchst eine gewisse Zeit, bis du diesen Bewegungsablauf, der mit deinem Happy Speed klappt, in anderen Speeds auch ablaufen lassen kannst. Und da ist es eben besonders wichtig, das auch erstmal wieder, wie wir immer sagen, in einer reizbereinigten, isolierten Übungsstelle zu üben, um da auch schon mal vorbereitend verschiedene Geschwindigkeiten zu trainieren, Muster zu formen, beziehungsweise eigentlich dieses Abrollmuster jetzt von einer Stufe zum Beispiel oder von irgendeiner anderen Fahrtechnik das Grundmuster zu formen, das du dann auf verschiedene Geschwindigkeitsbereiche anpassen kannst. Ein Pump Track zum Beispiel ist ein super, super spannender Ort, wo man das sehr gut merkt. Wir haben in Spanien sehr, sehr viele asphaltierte Pump Tracks und wenn wir dort Leute trainieren und wir die Fahrtechnik des Pumpens unterrichten, ist es oft so, dass Biker totale Probleme haben, wenn sie jetzt erstmal langsam durch diese Wellen durchrollen und versuchen, die Unebenheiten oder die Geländeform, die Silhouette des Geländes mit Armen und Beinen nachzuzeichnen. Lässt man diese Teilnehmer oder lässt man die Biker dann mal in ihrer bisherigen Wohlfühlgeschwindigkeit fahren, fällt es ihnen auf einmal viel leichter. Also die gewisse Grundgeschwindigkeit tut ihnen gut, um dieses Gefühl, dieses Pumpens zu erspüren. Und das ist dann die Sache, dort sollte man einfach auch mal starten, weil da läuft die Bewegung erstmal super ab und da kann man dann auch mal die Bewegung schulen. Und jetzt geht es dann darauf, wenn man sagt, okay, jetzt erhöhen wir mal die Geschwindigkeit und verringern wir die Geschwindigkeit, merkt man sofort, wenn das Timing nicht mehr optimal ist, wenn die Stabilität verloren geht, wenn die Biker steif werden und das sind dann auch die Sachen, die eben wichtig sind und auf die wir Augenmerk legen sollten und nicht einfach nur in unseren Wohlfühlspeed weiterfahren. Und da haben wir auch eine ganz interessante Geschichte, die ist mir letztes Jahr am Ochsenkopf passiert. Da gibt es einen Trail, der heißt der M-Weg und der hat kein großes Gefälle, das heißt, er ist ganz, ganz leicht abschüssig und ist aber sehr verblockt, das heißt, es sind große, eher feste Hindernisse auf diesem Trail und da kommt es wirklich darauf an, ob du eine super gute Körperposition hast und ob du genau das kannst, was ich am Anfang beschrieben habe, also das Rad vom Körper entkoppeln kannst, indem du Arm und Beine als Federweg nutzt und da habe ich eben mit meiner Ladies-Gruppe geübt und auch witzigerweise, was ähnlich ist, ist mir dann auch eine Woche später passiert, als ich mit der gemischten Gruppe geübt habe und wir üben da nämlich immer genau das, dass wir in gewisses, ich sage mal, eine moderate Geschwindigkeit fahren, nicht zu schnell, nicht zu langsam, das sind meistens wirklich so 3-4 kmh am Anfang, damit man eben nicht dazu neigt, Geschwindigkeit zu nutzen, um Technikdefizite zu kaschieren und aber auch nicht so langsam ist, dass es komplett kipplich ist, also eine gute Schrittgeschwindigkeit und da haben wir geübt und dann ist auch die Gruppe irgendwann richtig cool da durchgekommen und dann sind wir kurz zur Seite gegangen, weil eine andere Gruppe kam, und da kam eben auch eine Freundesgruppe und der ganz vorne ist dann kurz, hat sich kurz zu mir gestellt und hat auf seine Kumpels gewartet und dann sind die dann auch irgendwann durch und dann hat er zu mir gesagt, boah, ey, was für ein Scheiß-Trail, wer, wer, wem macht der denn Spaß und dann habe ich gesagt, mir ehrlich gesagt und dann guckt er mich an, hä, wieso macht dir das denn Spaß und ich dann so, naja, ehrlich gesagt, mit der Technik macht es schon Spaß und ich habe mich schon fast schlecht gefühlt, dass ich, ich wollte es mir ja nicht so reinreiben, aber ich meine, ich wollte ja eigentlich nur sagen, warum es mir Spaß macht und dann habe ich so, hä, wieso, verstehe ich nicht und es hat einfach gefahren und meine Mädels, die dabei waren, haben dann voll gelacht, haben gesagt, es war auch wieder so ein, also sie haben dann eher so gesagt, mansplaining-Moment und er hat dann auch gesagt, na, ich lasse mir jetzt ja von einer Frau das nicht erklären, so nach dem Motto und dann habe ich gesagt, okay, brauchen wir jetzt auch nicht und habe dann einfach mit den Mädels weitergemacht und es war spannend zu sehen, weil die Mädels haben dann auch gesagt in der Gruppe, hey, es ist wirklich so, vor drei Wochen oder so, hätte ich mir jetzt noch nie vorstellen können, diesen Trail zu fahren und dass der überhaupt Spaß machen kann und jetzt weiß ich schon abschnittsweise, dass es Spaß machen kann, sobald ich es wirklich hinbekomme, wenn ich wirklich gut im Rad stehe, wenn ich das verstehe, was du uns jetzt die ganze Zeit die letzten Wochen vermittelt hast, weil die haben vorher auch mit mir an einem Online-Kurs gearbeitet und dann eben vor Ort sind wir dann in die Feinkorrektur gegangen, wenn ich das endlich jetzt umsetze, dann funktioniert es auch und dann spüre ich auch, wie toll das ist, wie flüssig man da runterfahren kann und ich muss nicht mehr eine Geschwindigkeit fahren, die mir eigentlich Angst macht, nur um unten anzukommen. Ich kann jetzt in einer Wohlfühlgeschwindigkeit fahren, spüre dann, wie das Rad wirklich flüssig darüber fährt und merke auch, wenn ich für mich noch zu langsam werde, weil das Rad dann kippelig wird und ich dann die Balance verliere und kann so mich dann auch wirklich langsam und sicher steigern und genau darum geht es, dass du erstmal anfängst, Geschwindigkeit rauszunehmen und in einer Geschwindigkeit zu fahren, in der du dich wirklich wohlfühlst, in der du Kontrolle hast, weil Geschwindigkeit bringt, Sicherheit bringt dir null, wenn du dann Angst hast und versteifst, weil du dann eben wirklich dich nur noch festhalten kannst und da dann irgendwann deine Kraft dich verlassen wird oder du dir eben Muster aneignest, die irgendwann auf jeden Fall zu Problemen führen werden, weil das muss man sich immer wieder vorhalten, wenn man dieses Geschwindigkeit bringt, Sicherheit nutzt, um Technikdefizite zu kaschieren, dann festigt man diese Fehler ja mit jeder Ausfahrt, das heißt, du festigst Muster, mit denen du irgendwann anstehen wirst und das ist natürlich wirklich sehr gefährlich oder natürlich auch sehr limitierend und deswegen ist es von Vorteil, das zu tun, was Bernie eben gesagt hat, also Technik zu, nicht Technik, sondern Tempo zu variieren, das heißt, die Techniken auch in verschiedenen Geschwindigkeiten zu üben und auch Trails in verschiedenen Geschwindigkeiten zu fahren und vor allem ein Appell an die Pärchen, egal jetzt ob Mann und Frau oder andere Pärchen, wenn einer schneller fährt als der andere, dann fahr doch einfach mal langsamer hinter deinem Partner her, such dir mal neue Linien und schau mal, ob du, wenn du Geschwindigkeit rausnimmst, vielleicht wirklich auch deine Technik nochmal verfeinern kannst. Und das ist auch für Leute, vor allem wenn du jetzt zuhörst und viel in Bikeparks unterwegs bist, vergiss bitte das das nächste Mal nicht, wenn du auf dem Naturtrail fährst. Bikeparks ist eine eigene Welt, habe ich vorhin schon erwähnt, Bikeparks kann man viel, viel schneller fahren und sind meistens, wie gesagt, Floatrails, da liegt oft gar kein Stein, das ist eigentlich eine Murmelbahn und da kann man natürlich auch bei schnellerer Geschwindigkeit Spaß haben und wenig Risiko. Auf dem Naturtrail, wo sehr viele verschiedene Untergründe sind, verschiedene Haftungen, Hindernisse, was weiß ich alles da kommt, da Bäume, die im Weg stehen, der Trade ist meistens schmäler, da ist einfach die Sache ganz anders. Das heißt, versuch da auch nicht immer so an einem Glaubenssatz festzuhalten, sondern versuch da wirklich das Mountainbiken zu verstehen, deine Fahrtechnik zu verstehen, sie zielgerechter einzusetzen und da dich dann zu verbessern. Denn viele Biker beginnen oder haben anfangs erst das Gefühl, das vielleicht kannst du da in der letzten Podcast-Episode haben wir darüber gesprochen, nach dem Feedback, das wir erhalten haben, dass sie eher schlechter fahren oder durch das Training eher sogar langsamer geworden sind. Aber es ist tatsächlich so, dass sie durch dein Training deine Technik steigert, aber du einfach sensibler auf das Feedback vom Rad und vom Untergrund reagierst. Das heißt, interessiert dir jetzt die Fahrtechnik gar nicht und du ballerst den Bikepark herum, dann wirst du deinen Gefahren, die du dir gerade aussetzt oder vielleicht auch auf einen Naturtrail, du fährst da mit Geschwindigkeit runter und du kommst immer gut unten an, aber ob das jetzt sicher ist, sei dahingestellt, du bist dem Befahren gar nicht bewusst, weil du dich mit dem Thema Technik oder Fahrtechnik gar nicht auseinandergesetzt hast. Das heißt, wenn du das dann mal vielleicht analysierst und dich mir auf ein Video anschaust oder oftmals so Situationen hast, wo du so Faststürze hast, wo du einen ordentlichen Adrenalinrausch hast und sagst, boah, jetzt bin ich gerade noch angekommen. Ja, das kann ein tolles Gefühl sein, so ein Adrenalinrausch, aber das sind auch Anzeichen, dass du über deine Verhältnisse gehst. Vor allem aus meiner Erfahrung, ich bin damals sehr, sehr, sehr viel Bikepark gefahren, die ersten Jahre fast ausschließlich und immer nur in der Off-Season, wo kein Bikepark offen war, bin ich mit einem Venturo-Bike selbst hochgekoppelten Naturtrails gefahren und bei mir war das einfach wirklich so, ich hatte auch die Meinung, ja, Naturtrails, die machen keinen Bock, die sind zu langsam, weil ich auch viel mit Geschwindigkeit kaschiert habe und in einem Bikepark, wie gesagt, ich bin große Sprünge gesprungen, ich habe das gern gehabt, so schnell wie möglich und man fliegt über die Wurzelteppiche und das funktioniert auch gut, weil dein Reifen, wenn du jetzt vergleichst, das ist auch ein schönes Bild, wenn du jetzt ein Wurzelteppich nimmst, der sehr, sehr hohe aufeinanderfolgenden Wurzeln hast und zwischendurch ist immer so eine kleine Kuhle, wenn du da jetzt langsam drüber fährst, dann wird dein Rad in jede Kuhle zwischen diesen Wurzeln reintauchen und kriegt einen richtigen Schlag von der nächsten Wurzel, und zwar dein Vorder- und dein Hinterrad. Hast du aber die Möglichkeit, über diese Stelle schnell drüber zu fahren, dann taschieren deine Räder nur immer die jeweilige Wurzel, Gipfel und tauchen gar nicht so tief in die Kuhle zwischendurch ein. Das heißt, wenn es Stellen gibt, die man sehr schnell fahren kann und man hat die nötige Fahrtechnik, dann bringt das natürlich auch einen gewissen Vorteil. Die Frage ist halt immer nur, funktioniert das langfristig gut? In meinem Fall ist mir das zum Verhängnis geworden, denn ich hatte mir genau diese Technik angewöhnt. Ich bin genau so Stellen immer zügig gefahren, weil ich gewusst habe, dann bleibe ich nicht stecken, habe aber nicht daran gedacht, okay, eigentlich könnte ich an meiner Fahrtechnik arbeiten, um langsamer zu fahren. Das heißt, ich habe mir einfach einen schnelleren Fahrziel angeeignet. Mittlerweile ist es so, dass ich Schwierigkeiten habe, diesen Speed von damals überhaupt noch zu fahren. Das ist auch absurd, weil ich natürlich wenig Zeit jetzt im Bikespark verbringe, ich bin an den Speed nicht mehr gewöhnt und fühle mich aber dafür jetzt langsam in technischen Passagen total wohl, die ich früher gehasst habe. Das heißt, es ist natürlich immer der Fokus, den du setzt und das Training, das du absolvierst, das dich auf deinen Weg bringt. Aber ich kann garantiert sagen, dass ich jetzt viel, viel sicherer unterwegs bin als damals und an viel geringeren Risiko ausgesetzt bin als damals. Also, was ich da jetzt nochmal sagen will, weil ich finde das super spannend, was Bernie gerade gesagt hat, es ist wirklich so, wenn eben, wie er gesagt hat, in so einem Wurzelteppich viele große, sehr, ich sag mal, markante Wurzeln kommen, das heißt, hinter der Wurzel ist immer so ein Loch, dann ist es natürlich so, wenn du es langsam fährst, genau wie er gesagt hat, dass dein Vorderrad und teilweise dein Hinterrad auch immer in diese Wurzellöcher fallen, also in die Löcher zwischen den Wurzeln. Wenn du jetzt schneller fährst, dann schwebst du mehr oder weniger, weil du natürlich weniger Zeit hast und deine Räder gar nicht erst in diese Löcher reinrollen, sondern wirklich so immer auf den Spitzen unterwegs sind. Das ist tatsächlich ein Fall, ein Fall, wo Geschwindigkeit Sicherheit bringt, in Anführungszeichen, und auch Geschwindigkeit dann diese Passage einfacher macht. Absolut richtig, wenn du locker bleiben kannst. Das heißt, da sind wir wieder bei dem Thema Geschwindigkeit bringt in dem Fall Sicherheit, wenn diese Geschwindigkeit dir keine Angst macht und wenn du auch die Antizipation, Reaktion und Kraft hast, um diese Geschwindigkeit dauerhaft fahren zu können und wenn der Trail das auch ermöglicht, weil zum Beispiel nach so einem krassen Wurzelfeld nicht gleich eine krasse Kehre kommt. Aber ich hatte damals nicht die Fahrtechnik, aber ich hatte Kraft. Das heißt, ich habe genau diese Lockerheit mit Kraft überspielt und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gewusst, wie es sich anfühlen kann. Das heißt, man kann mir ja damals gar keinen Vorwurf machen, weil ich gar keine Ahnung hatte, wie es sich anfühlen könnte. Darum war ich auch resistent und habe gesagt, das brauche ich nicht, weil es hat ja funktioniert. Genau, es funktioniert auch immer bis zu einem gewissen Grund, bis zu einem gewissen Grad und das ist total spannend, dass es oft ist, das hatten wir auch schon mal in einer der letzten Folgen, oft ist, dass Leute mit diesem Leitsatz sehr lange gut klarkommen, vor allem, wenn sie viel Kraft haben, genau wie du sagst und irgendwann stehen sie dann an und dann müssen sie die Muster, die sie durch die Wiederholung sich eintrainiert haben, natürlich wieder austrainieren und da sind wir dann wieder bei dem, was wir die letzten Folgen mit Linksverkehr und Rechtsverkehr erzählt haben, dass es einfach Zeit braucht und das ist super spannend für dich auch zu wissen, dass wenn du diesen Leitsatz hast, das heißt, wenn du merkst, oh, ich war jetzt zu langsam für die Stelle, deswegen konnte ich die nicht fahren, das ist ja eigentlich auch, Geschwindigkeit bringt Sicherheit, nur anders ausgedrückt, ich bin zu langsam und deswegen ging das nicht, dann überleg dir, wie kann ich das denn auch langsam schaffen, was müsste ich üben, um das auch langsam fahren zu können, da sind zum Beispiel Trackstand super, super, ein super tolles Tool, falls du den Trackstand noch nicht kannst, schau mal unten in der Beschreibung, wir haben einen gratis Trackstand Kurs für dich und auch generell, Balance- und Koordinationsübungen, dass du auch bei langsamer Geschwindigkeit nicht sofort umkippst und dein Rad stabilisieren kannst durch deinen Körper und nicht durch die Geschwindigkeit, das heißt, du brauchst dann die Geschwindigkeitsstabilisierungskräfte gar nicht mehr, weil du das mit deinem Körper ausgleichen kannst, je besser deine Balance ist, umso weniger Geschwindigkeit brauchst du, das heißt, das sind so Punkte, wo ich immer sage, wenn ich selber sage, ich hätte das geschafft mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit, dann frage ich mich, ist das wirklich so, hätte ich nicht vielleicht etwas mehr Koordination und Balance gebraucht, natürlich gibt es bei allem Grenzen, also du kannst natürlich zum Beispiel, wie wir es eben gesagt haben, wenn du irgendwann Richtung Springen gehst und ein Gap springen willst, also eine Distanz zwischen Absprung und Landung hast, dann wirst du eine gewisse Geschwindigkeit fahren müssen, um überhaupt so lange in der Luft zu bleiben, um dieses Gap zu überwinden, aber wenn du jetzt sehr technische Trails fahren möchtest, die dann auch noch sehr verwinkelt sind, dann musst du anfangen, auch bei langsamer Geschwindigkeit zu üben und diesen Leitsatz eben, Geschwindigkeit bringt Sicherheit, wirklich umzuwandeln in Technik bringt Sicherheit und Geschwindigkeit kommt dann als zweites. Ein guter Freund von uns, Charles March, der ist der Nationaltrainer der USA Cross Country und trainiert auch einige Downhill-Fahrer, sagt auch immer, you need to go slow to go fast. Du musst erst langsam fahren, bevor du dann sicher schnell fahren kannst und viele Leute denken eben, dass schnell fahren, ist das nur ein Plus Ultra und schnell fahren ist ein Indiz für gute Fahrtechnik. Ja, selbstverständlich, das sind die schnellsten Fahrer der Welt, meistens auch die besten Fahrer der Welt, aber eine, ich sag mal, ein mittelmäßiger Fahrer, der relativ schnell fährt, ist oft von der Fahrtechnik nicht besser als jemand, der langsamer fährt und dafür sicher fährt, denn man kann eben durch Geschwindigkeit fehlende Fahrtechnik kompensieren und das ist einfach was Wichtiges, was man immer im Kopf behalten muss. Ist es jetzt eine Geschwindigkeit, die ich komplett kontrolliert fahre oder kompensiere ich vielleicht irgendwas, indem ich kurzzeitig die Bremsen komplett öffne, weil ich diesen Glaubenssatz habe, Geschwindigkeit bringt Sicherheit. Heißt es jetzt, dass du nie wieder schnell fahren darfst? Nein, auf keinen Fall. Schnell fahren macht auch mal Spaß. Wichtig ist einfach nur, dass man kontrolliert schnell fährt und wenn du da mal dran arbeitest, wirst du auch sehr schnell merken, wie sich das anfühlt, wie sich schnelle Fahrt trotzdem noch kontrolliert und locker anfühlen kann und genau das ist das Ziel, wo wir mit unseren Teilnehmern eben hinarbeiten möchten. Wir möchten nicht, dass die Leute langsam fahren und am Trail irgendwie da in Schneckentemperi rumfahren, sondern je nachdem, was der Trail zulässt und was dein Fahrstil und dein Fahrspaß ist, kannst du natürlich die Geschwindigkeit fahren, die du willst. Vorausgesetzt, du bringst dich nicht in Gefahr. Natürlich besteht ein Restrisiko immer, das ist Mountainbiken, das ist ein Sport da draußen, also Outdoor draußen passiert und ein Sturzrisiko ist einfach noch vorhanden, aber man kann mit der nötigen Fahrtechnik und vor allem mit Gefahrenbewusstsein sehr, sehr viel vorweg schon richtig machen, um viel zu vermeiden. Ein Punkt, den ich noch nennen wollte, ist, sehr viele Biker wollen springen lernen und zwar sehr, sehr schnell. Das ist irgendwie so ein Move, der fühlt sich gut an, so ein bisschen Airtime sammeln und da ist aber auch ein wesentlicher Faktor die Fahrgeschwindigkeit. Man braucht, um überhaupt mit dem Bike wo abheben zu können, einen gewissen Speed und der ist schnell und viele Biker, die noch zu wenig Erfahrung plus Fahrtechnik haben, trauen sich gar noch nicht die Geschwindigkeit zu fahren und wenn sie es fahren, dann sind wir wieder in dem Thema, man ist verkrampft und es ist einem gar nicht möglich, eine gewisse Sprungtechnik auszuführen. Das heißt, Springen ist ein sehr, sehr heikles Thema. Wir arbeiten gerade an unserem Sprung- und Drop-Kurs, den erneuern wir gerade, da gibt es ein Update, ein richtig großes und wir sind auch hier jetzt immer an den Strecken unterwegs und beobachten Leute auf Fehlerbilder und es ist wirklich erschreckend, wie viele Leute sich bei Sprüngen in Gefahr bringen und genau da werden wir ansetzen. Wir möchten die Sprungtechnik und Drop-Technik so sicher wie möglich vermitteln und wollen da auch einen Aufbau schaffen, dass es erstmal eine Basis geschaffen wird, wo man sich auch an gewisse Grundtechniken herantastet, die dann zum Springen überhaupt hinführen. Denn die meisten Leute arbeiten am Endresultat Springen und viele vernachlässigen, weil sie einfach das Bewusstsein haben, gewisse Voraussetzungen. Und das ist auch bei anderen Kursen der Fall, dass da einfach die Leute sehr schnell in die Luft gebracht werden, aber mit einem massiven Restrisiko und ganz, ganz viele Stürze, das haben uns Teilnehmer selber gesagt, passieren in fahrdlichen Trainings, wo Springen und Dropen unterrichtet wird und das belastet uns, um ehrlich zu sein. Wir wollen einen Mountainbike-Sport sicherer machen und wir wissen, es ist möglich. Das heißt, da werden wir unsere ganze Energie in der nächsten Zeit dann da reinstecken, um eben das Springen für jedermann zugänglich zu machen, aber auch da wieder in einem gewissen Geduld, in einem gewissen Aufbau und wenn du das Gefühl hast, dass du in der Anfahrt vor dem Sprung ein mulmiges Gefühl hast, dann brauchst du nicht daran glauben, dass deine Sprungtechnik dann noch funktioniert. Dein Unterbewusstsein wird zwischenfunken und du wirst genau gar nichts von dem Bewegungsablauf, den du glaubst, machen, wenn du verkrampft bist. Also generell möchte ich noch zusammenfassend sagen, ja, Geschwindigkeit hat ihre Berechtigung und bei gewissen Manövern, zum Beispiel, wenn es um Airtime geht, ist Geschwindigkeit notwendig. Also ja, sie bringt dann auch Sicherheit. Ja, bestimmte Passagen sind auch sicher einfacher, wenn man sie schnell fährt. Thema Wurzeln und Räder fallen in die Löcher rein, du erinnerst dich hoffentlich, wenn du die ganze Zeit zugehört hast und deswegen ist Geschwindigkeit natürlich vielleicht auch für manche das ultimative Ziel, wenn du sehr fortgeschritten und sehr schnell und vielleicht Rennen fahren willst, dann ist Geschwindigkeit für manche Passagen sicherer und einfacher, aber es ist sicher kein Leitsatz, den Anfänger nehmen sollten, um gleich zu schnell zu fahren und um über ihre Verhältnisse zu fahren, denn die Geschwindigkeit bringt dir nichts, wenn sie dir Angst macht und du dadurch verkrampfst, dann ist Geschwindigkeit nicht sicher, sondern es kostet nur sehr viel Kraft und damit wirst du irgendwann anstehen. Letztes Jahr waren wir zufällig am Geißkopf, als diese Enduro-Serie, die Chili-Enduro-Serie dort halt gemacht hat und ich habe eine Stelle mir angesehen, das war ein ziemlich langes Steilstück, das war ziemlich regnerisch oder es war eigentlich nur regnerisch, da war ein Steilstück, sehr verblockt, viele Wurzeln und gefolgt von einer Kurve und interessant war zu sehen, es hat viele Leute gegeben, die eben gesagt haben, ich ballere da jetzt wie verrückt runter, haben dann dort unten voll in die Eisen gehen müssen und sind total langsam durch die Kurve gefahren und das ist dann das, Geschwindigkeit bringt sicher, die fahr halt schnell durch diese anspruchsvolle Stelle durch und dann schaue ich mal, was passiert und kommen dann total langsam aus der Kurve raus und dann hat es Leute gegeben, die sind diese Stelle bewusst, also dieses Steilstück, bewusst langsamer gefahren und haben dann total viel Speed durch die Kurve mitnehmen können. Das heißt, auch wirklich sehr vorgeschrittene oder sagen wir mal, sehr gute Rennfahrer fahren nicht immer auf Teufel komm raus Fullspeed, sondern die können ihre Geschwindigkeit je nach ihrem Können sehr, sehr gut einschätzen und je nach Gegebenheiten sehr, sehr gut einschätzen. Nur die meisten Leute, mir inklusive früher, ich habe genau das gemacht, ich bin immer vollgas gefahren, bis ich einen Fahrfehler gemacht habe und dann bin ich quasi, ja, gestanden und habe wieder neu, einen totalen Fahrfluss verloren, habe einen Neu ansetzen müssen und das war eigentlich immer die Sache, was dann irgendwie, ja, irgendwann frustrierend war, weil du nie wirklich lange Flow am Trail hattest, weil du einfach durch deine eigene Geschwindigkeit einen Fahrfehler erzeugt hast, weil du einfach über dein Limit gefahren bist. Und generell ist ja auch so runternageln und dann voll in die Bremsen lang vielleicht auch nicht die naturverträglichste Art zu fahren, sollte man sich vielleicht auch mal überlegen, haben wir auch schon mal darüber geredet über dieses Thema und was wir eben, was ich auch nochmal ganz kurz sagen will, haben wir ja heute auch schon mal angesprochen, ist das Thema Ich war zu langsam, ist auch was, wo man sich überlegen sollte, habe ich vielleicht einfach nicht genug Balance und Koordination, kann ich vielleicht genau da ansetzen und das trainieren oder ist meine Körperposition vielleicht nicht gut, dass deswegen meine ich meinen Rat mehr oder weniger davor hindere zu funktionieren, weil das ist ganz oft der Fall, wenn wir mit Teilnehmern arbeiten, dass die Körperposition genau das verursacht, dass das Rad ein schlechtes Traktionsverhalten hat und auch schlechtes Überrollverhalten, weil wir, der Körper, nun mal die große Masse ist und das Fahrrad die leichte Masse, das heißt, da an der Position arbeiten, an den absoluten fundamentalen Techniken zu arbeiten, das bringt so viel Flow und dann braucht man auch die Geschwindigkeit gar nicht mehr, dann schafft man auf einmal auch bei langsamer Geschwindigkeit flüssig durch solche Stellen zu kommen und dann auch nochmal das Thema, was wir heute angesprochen haben, was ich nochmal kurz zusammenfassen will, Thema Mann versus Frau oder generell starker Fahrer versus nicht so starker Fahrer, wenn man eben mit Geschwindigkeit bringt, Sicherheit fährt, braucht man in der Regel viel, viel mehr Kraft und da wird natürlich ein Fahrer oder eine Fahrerin mit weniger Kraft viel schneller anstehen und auch viel früher Angst bekommen und das ist auch gut so, weil das Unterbewusstsein einfach spürt, oh nein, ich habe die Kraft nicht, um das jetzt die ganze Zeit noch weiter irgendwie festzuhalten, also mich am Rad festzuhalten und deswegen da auch würde ich mir wünschen, dass ganz oft etwas mehr Verständnis untereinander ist, dass eben vielen, vielen Frauen wird immer wieder gesagt, Geschwindigkeit bringt Sicherheit und sie traut sich das dann nicht und er sagt dann, hey komm, du bist doch schon viel schwierigeres gefahren und sie sagt trotzdem, ich traue mich nicht und dann kommen sie halt zu mir, die Ladies und sagen, ja, wie schaffe ich es denn schneller zu fahren und ich sage, hey Moment, vielleicht schaffen wir es auch anders, vielleicht schaffen wir, dass du sicherer fährst und dann kommt die Geschwindigkeit mit der Zeit von alleine und vielleicht ist das ja ein Ansatz, den du auch mit uns zusammen gehen möchtest. Stichwort Armpump können wir auch noch schnell bringen, haben wir auch jetzt die Tage gehört im Bikepark, dass viele Leute eben an Armpump klagen, sehr schnell fahren, sie einfach nur mehr festhalten, das ist auch so ein Indiz, wenn du Armpump hast, könntest du Fitness-Training machen, Muskeln aufbauen, du könntest aber auch den einfacheren und klügeren Weg nehmen, der mehr Effekt hat an deine Fahrtechnik gehen und da mal mit einem Coach zusammenarbeiten, der wirklich mal alles raus analysiert und nicht nur die Techniken, die du glaubst, die du brauchst, sondern auch wirklich von der Pike auf die Basis. Eine Sache, die ich dich noch bitten möchte, ist, bitte lege unsere Worte nicht auf die Goldwaage. Generell, wenn man so ein Thema bespricht, kann man da sehr viel reininterpretieren. Also wir haben über gewisse Stellen gesprochen und jeder hat dann so ein Bild vor Augen und das wird sich bei jedem Zuhörer, bei Roxy, bei mir, immer ein bisschen anders ausschauen. Das heißt, es ist immer ein gewisser Kontext, wenn man über so Dinge spricht. Ich denke, unsere grundlegende Message ist gut rausgegangen, wenn du dazu Fragen hast oder irgendwelche Bedenken. Du erreichst uns per Mail oder während unserer Coachings, denn das ist uns immer sehr, sehr wichtig, dass wir wollen keine allgemeingültigen Leitsätze, so generische Sachen rausbringen. Wir möchten einfach vermitteln, wie gewisse Dinge zusammenhängen und wie sie sich gegenseitig beeinflussen, anstatt von Leitsätzen zu reden, die allgemeingültig sind, die dich aber irgendwann in Gefahr bringen. Denn du darfst aber nicht vergessen, jeder Mensch ist unterschiedlich. Du bist ein Individuum und genau das machen wir so gerne, dann Lösungen zu finden, die für dich funktionieren und genau deswegen bieten wir auch die langfristige Betreuung im Rahmen unserer Kurse, wo du eben einen Online-Kurs hast, wo du daheim einfach so oft, wie du möchtest, in die Kurse reinschauen kannst und dann immer unser Coach-Feedback über eine längere Zeit inkludiert hast, damit wir dann auch wirklich Dinge finden, die für dich funktionieren und du nicht mit generischen Leitsätzen versuchen musst, so eine, ich sag mal, Fliegenklatsche auf alles drauf zu hauen. Mir fällt jetzt gerade das ordentliche, so eine, ja, was ist es, Bernie? Hau drauf, Mentalität ist es auch nicht. Es ist so eine Allheilmittel quasi, so eine generische... Peppantin. Vielleicht. Also, wir möchten was finden, was für dich wirklich funktioniert. Ich habe jetzt an die Schürfwunden gedacht. Also, Peppantin. Covern. Nein, ich möchte, dass du gar keine Schürfwunden hast. Wir möchten, dass wir Dinge finden, die eben für dich funktionieren und keine generischen, ich sag mal, Allheilmittel. Das war das Wort, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Ja, vielen Dank, dass du dabei warst. Wir hoffen, dir hat diese Episode gefallen. Bewerte uns, wo immer du diesen Podcast gerade hörst. Das hilft uns total. Teile ihn mit jemandem, dem der Podcast helfen könnte. Und ansonsten freuen wir uns, wenn du beim nächsten wieder dabei bist. Wir wünschen dir einen schönen Tag. Abend, Morgen oder was auch immer, wo auch immer du gerade bist. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.